Ja, es stört mich Husten, egal ob es im Pianismus oder im Forte ist. Und was liebe ich auch nicht, wenn ein Werk ist schon am Ende, beendet oder sagen wir, und dann das Publikum steht auf und geht weg sofort. Das irritiert mich ein bisschen. Ich habe sehr viele Lieblingskomponisten. Eigentlich, ich liebe diesen Komponisten, welches Werk jetzt ich spiele in meinem nächsten Konzert. Das hängt halt von dem, was für ein Orchester. Ich glaube, wenn sie fühlen, dass sie etwas ändern wollen im Klang, natürlich, sie können das machen. Aber wenn das Orchester hat diese Klangqualitäten schon vorher, und das ist etwas Typisches für dieses Orchester, dann ist das eigentlich ihre Entscheidung. Und Japan ist ein fantastisches Land. Dort Leute wahnsinnig lieben Musik. Die Interesse ist sehr groß. Das Publikum ist sehr diszipliniert. Und in Japan sind wunderbare Säle. Viele wunderbare Säle, auch in ganz, ganz kleinen Städten. Ja, wissen Sie, eins von dem größten deutschen Dirigenten hat gesagt einmal, ich dirigiere mit Partitur, weil ich kann Partitur lesen. Ich würde auch so antworten. Ich finde, das ist eine sehr gute Antwort. Wissen Sie, diese Frage, ich habe vielmals schon gehabt, ich kann nicht sagen, ein Stück. Das ist sehr schwierig zu sagen. Ja, dann schauen Sie jetzt. Ich dirigiere zwei Programme und ich liebe diese Komponisten, auch ihre Werke. Und wenn kommt ein anderes Konzert in Zukunft und ein anderes Programm, absolut, ich werde dasselbe sagen. Also, wir werden das Konzert und wir werden das Konzert. Ich weiß nicht, dass die Komponisten, die Komponisten und die Komponisten, die Komponisten, die Komponisten und der Komponisten, die Komponisten mit dem Komponisten, die Komponisten oder die Komponisten sind. Vielen Dank.